Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir sind sowieso unter einer Dengel! Aber hingeschaut hast auf den Schlingeldingel! Ja wo soll ich sonst hinschauen, wenn der Schlingeldingel so voluminös hin und her pendelt? Ich will endlich einen Erfolg haben! Du, in zwei Tagen habe ich Skriptab gehabt! Ja, dann fang nicht immer so spät an! Es ist immer das gleiche mit dir! Ah! Ich bin doch noch dumm! Mama, sei leise! Ich muss dir was sagen. Das Begräbnis war gestern. Was? Der kleine Mappé gegen den Rest der Welt! Hu! Nein, Lisa Malea! Denk an einen Marienkuchen! Ich habe die Früchte, der Schraum hat den Teig und du schiebst das Blech in den Ofen bis er fertig ist. Kannst du bitte normal mit mir reden und nicht mit deinen Mappé Kinder büchern? Okay! Dann sprechen wir auf der Erwachsenenebene! Beim Zoom-Mappé! Ja! Oh Mama! Ich bin so stolz zu spielen! Einer-Mappé! Vielen Dank.